Minus 340 Da grabe ich mich grad in die falsche Richtung Und hier hat's mega viel Lava Na Creeper? Kommt doch schon durch die Lava zu mir Nimmst einfach das Zeug mit, was da rumliegt Habt da Angst, wenn wir weiter runter zu holen? Haltet mal an, bitte Bei mir hat's halt auch mega viel Lava, ne? So, ich hab Diamanten gefunden, die müssen jetzt herkommen Tut mir leid Ich komm gleich Ich weiß nicht, ob das ein Diamant ist Ich weiß nicht, ob das ein Diamant ist Na, wir kommen da schon herunter Flo Warte, dann habt ihr hier den direkten Weg Ja, wir haben schon Abgang gefunden Ja, euer Abgang schmeckt auch gut Oh, ich bin runtergefallen Scheiße Hey, jetzt seid ihr wieder weg, was soll das? Ja, ich bin runtergefallen Schoki, kannst einfach hinterher springen Warte kurz Schoki, damit ich sehe, wo du bist Ich hänge irgendwie Ja, dann ist die Decke über dir Habe ich hier doch nicht Weiß ich nicht, ob da die Decke über dir ist Das musst du halt einfach mal schauen Ne, dann musst du halt genau in dem Loch sein Scheiße Ich hab Lava gefunden da unten Wo, wie bist du da runter? Wo bist du runter? In irgendein Loch bin ich runtergefallen Ich hab aber Angst Ich hab den Sticks gefunden Ich hab den Sticks gefunden Wie weit unten bist du? Ziemlich weit unten, ich bin nochmal runtergefallen Fuck Buddel dich einfach mal nach unten Dann solltest du bei mir ankommen Hi Schoki Hi Schoki Wo bist du? Direkt hinter dir Echt jetzt? Wie geht das? Warte kurz Hörst du mich schon? Ne Hä, ich bin praktisch noch vier, fünf Blöcke von dir weg Echt? Ja, du bist da runtergefallen Kripo, jetzt bist du unten bei mir Ja, du bist direkt bei mir hier Nicht mich hauen, nicht mich hauen Ah, da Achtung, Flo, nicht hauen, weil da hinten ist Lava Hallo Ok Also ich hab da jetzt ungefähr 200 Meter lang gegangen, gebuddelt Ich bin ein schön harter Ähm, seid ihr auf die andere Seite schon runtergegangen? Weil da ist Eisen Andi, du hast Diamanten, hast du gesagt Nein, war doch nur da bis Lazo die ich Oh, was siehst von dir? Aber du kannst trotzdem mal zu mir kommen, weiß ich Da muss auch passen wie eine Lava hier, gell? Ja, ich komm mal zu dir Warte mal kurz Stell ich mal irgendwo hin, sodass ich ähm Ja, dass du dich auch rausbuddeln kannst, sicher Ja Mach ich gleich, warte, ich baue hier noch ein bisschen was ab Soll ich dir einfach nachlaufen, Jakob? Ähh Ja, warte, es ist gerade relativ schwierig, weil hier ist quasi überall Lava Warte komm, wir bauen jetzt ein Spime und nehmen mal Lava mit, oder? Ja, aber hier bin ich, ja hier sieht's gut aus Ähm 705 Minus 360 Boah, das ist aber weit Ja, wo bist du gerade? Bei 626 minus 203 Minus 203, okay Habe ich dir in die 203er Richtung mal ein bisschen entgegen Oh Um die Lava zu fallen nach Möglichkeit Und dann sprechen wir uns wieder Ah, ich habe einen Schmarag gefunden Nice Hast du die Lava jetzt zugebaut, Schoki? Und da kamen 3 raus Voll gut, diese Glücksspitzhacke Für dein... Das Skelett schießt auf mich Du kannst mal versuchen, einen Weg hochzubauen Wie der eine Treppe, okay? Ja, ich war da noch, das Eisenmitten Andy crowdst du gerade Ja, wie der Lava hier warst du auf? Ja, ich versuch... Du siehst mich eh nicht Geh mal auf Jetzt steh ich auf Ich hab grad gedacht Ich hätte deinen Namen... Post uns mal so ein Weg ein bisschen hoch Wohin? Ich versuch grad einen sicheren Weg in deine Richtung zu finden Genau da eigentlich Ja, ich möchte hier noch ein bisschen was abbauen Nicht so viel So Habs Kannst du alles mitnehmen Was du da dabei hast Nö, ich nehm jetzt aber Mach mal ein paar einmal Lava mit Also die Richtung Ja, Eman, weil sie jetzt die Richtung angeht Das ist auch schon mal was Ja, Eman, kannst du ja lange mal ja Ranten sind Creeper Finde ich so lustig Was machst du denn? Ich weiß mal hier And ich glaub der Weg der hier ist Der führt direkt zu dir Ich bin glaub grad in den Wiss reingefallen Ja, voll gut Dann geh ich mal zu dem Der muss ewig lang sein Damit ich besser Also der Tobi kommt wohl eher nicht mehr Da haben wir mal vier Eimer Lava Okay? Okay Schade, dass er nicht mehr kommt Aber er sagt Hi NSA Okay Das finde ich nett von ihm Ja So Ich baue mir jetzt hier ein Häuschen unterirdisch Wie ihr ja schon sehen könnt Ja Hast du den Dings nicht mit? Doch, doch Kommst du hier noch rüber gesprungen? Hier Was hatte ich dir für Koordinaten gesagt? Äh 700 Und 300 Irgendwo So Weil hier gibt's nicht noch Zeug zum abbauen Ja, weil ich brauch dich nicht mehr Deswegen lass uns kurz ein bisschen brennen Und dann Auf welcher Höhe bist du denn? Komm wir das Zeug ab, weißt du? 13 Warte mal kurz, wir heute runter springen Also das passt sogar noch Wo gibt's deiner Meinung nach noch Zeug? Ja hier unten Achso Ich wollte grad sagen, oben nicht Bist du schon ganz unten? Äh Weil hier ein Haus bauen hätte auch was, Logisch Boah, da gibt's schlecht jedermaisel, ey Bist du schon ganz unten? Äh, ich bin schon ein bisschen Ja, da Wo ist es auch so? Der ist rechts Ich meine, ich bin nicht lange gegangen Boah, da ist ein Enderman Äh, ein anderes Ach, Creeper Wer macht den einfach kaputt? Hau einfach drauf auf den Oh Du bist bei mir gehüpft Dein Arm ist gehüpft Du weißt, wenn du immer voll, äh Volle Nahrung hast Dann ist das eigentlich nicht so ein Problem Wenn du volle Rüstung hast Dann hast du noch Rüstung Ich bin direkt hinter dir Hinter dir Ah, ich bin jetzt bei 675 minus 287 Okay, ich bin bei 685 minus 360 Und dem hier Ach, hier hat der Flo sich durchgebuddelt, oder? Ja, dieser ewig, dieser Gang da, der da so Ah, dann sind wir schon wieder oben Dann hast du das Zeug mitgenommen Ja Also, die Kohle grad eben, ja Ja, und ich n... Ich nehm das andere Zeug mit Ich hol's grad Gut, dann haben wir hier Schon gut abgebaut Was? Hä? Ich komm grad Hä, bei mir bist du noch da? Ja, dann hat's dich wahrscheinlich wieder rausgeworfen grad Wo bin ich dann, Acha? Ja Oh! Ich seh deinen Namen Hä? So, jetzt kommst du einfach hierher Ja? Komisch 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 Boah, das sind so Steine Flo, wo bist du? Ich bin da, wo ich mich fast umgebracht hab Das ist obsidian Das ist obsidian Ja, das ist lavastein quasi Ja, ich crouch Ja, ich crouch Kann ich das ganze mal abbauen? Hör mal kurz auf, dass die Wasser nicht hinten kommt Nee, musst du wieder Diamantspitzöcker machen Okay, also kannst du nur du abbauen Ja Äh, Flo, wo seid ihr hin? Ah, hier Ich bin grad zu Andi Ich seh dich nicht Kannst du noch abbauen? Äh, Flo, du hast noch ein Ding vergessen So, ins Marag vergessen hier Ja, dann bau ihn doch ab Ja, ich hab die Glücksschippe Spitzhacke nicht Ja, ich bau noch so Glücksschippe? Ah, jetzt seh ich dich Flo Hallo Hi Hier unten ist nice Hast du mir noch ne Fackel? Aha, bist du also nicht ausgerüstet Flo, hm? Noch, aber ich hab 64 Fackeln verbraucht Danke Äh, ich komm gleich wieder, ich hab dich ja nackst Keine Angst, ich bin wieder da, ich rette dich Äh, ja, jetzt können wir ja auch mal erkunden, wenn du magst Also musst aufpassen, das ist hier alles etwas improvisiert Ja, kein Unterschied zu dem, wo ich vorher war Achtung, also nicht, dass ich dich gleich hau Nee, nee, hau's da Du bist auf der anderen Seite Nee, kannst mich gar nicht hauen Meinst du? Bin ganz weit weg von der Wand Echt? Ich hab grad deinen Namen gesehen, als ich durchgebuddelt hab Ist das grüne da Diamant? Ja, das kannst du abbauen Nee, das ist äh, kein Diamant, das ist... Kann ich das abbauen? Ja, aber... Geht das mit der normalen Spitzhacke, Leute? Mit der normalen Eisspitzhacke? Das ist weg Diamant? Nein Das Mark, den hast du jetzt in der Hand Das Mark, den hast du in der Hand Ah, guck mal, das kann ich nicht Das wird nicht nachgemacht Ja, wird bei dir ja noch nicht nachgemacht Nachgehen Nachgereicht, ja, ich weiß was du meinst Ich weiß was Ich hab hier vorhin irgendwo noch einen ganz coolen Teil gefunden, Flor, aber ich weiß nicht mehr, wo der war Okay, jetzt müsst ihr uns nochmal die Kornaten sagen, oder wir gehen hier weiter? 723 minus 360 Da ist nochmal einer Ach, was kommt her? Ich hab so viel Lava, Jakob, wir brauchen dich und den Ofen Hä, ich hab jetzt schon vier Lava mitgenommen, die können wir nicht stacken, das ist ja das Ätzende Ja, aber trotzdem Da sch... Oh, 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 Entschuldigung, 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 da schießt aber was auf uns Du sagst, wenn du Hilfe brauchst Du solltest nicht dort abbauen, wenn ich gerade noch... Oh, die sind schon knapp Oh, ich sterbe gerade Ja, jetzt ist er auch tot Okay, ich hab mich durch die Mauer gebuddelt und plötzlich kam Lava rein, so Upsi Na, mach doch sowas Ja, da hab ich Geld Wie viel Kohle mal einfach durch die Glücksspitzhacke kriegt, hey, ich hab schon über zwei Stacks, obwohl ich vielleicht 30 Ohr's oder so abgebaut hab. Irgendwo ging's hier noch cool weiter, ich find' hier sind viele Monster. Du machst die Kohle weg und ich mach die Monster weg. Okay. Und von unten? Ja, die von unten mein' ich. Ähm, hab ich die A-Flo und hier ist der Riss jetzt wenigstens schon mal wieder. Sieht gut aus. Gehen wir mal durch, oder? Ja, ich möchte grad nach hinten gehen. Dreck. Boah, Skelett. Boah, da kommt die Spinne. Hier von hinten ist der Riss, sag ich mal, zu Ende. Ja, liegt bei mir. In der anderen Richtung. Hä? Wo? Hinter dir, im Schwarzen. Dunkel. Boah, der Riss ist aber auch dezent asozial, hey. Boah. Ja, noch mehr. Oh je. Ich guck ich was haben, wenn ihr da wieder erwischt. Vor allem geht's überall runter und da unten ist Lava. Das ist nicht gut. Oh, ich bin in die neue Höhle gefallen. Oh, da geht's auch runter. Oh, da geht's auch runter. Äh, wer hustet hier rum? Ich. Hattet ihr das jemand erlaubt? Ja. Hat das jemand erlaubt? Ja. Jakob. Was? Jakob. Jakob, hi. Wo? Ja, im Soki, du kannst ja mit runterkommen. Im See. Wir haben uns erst mal links hier. Hm? Ich bin so hier reingefallen. Ah. Ich konnte es gerade nachvollziehen. Und ich mach hier mal ein Loch. Oh, da gibt's noch oben die Sonnensmache. Du bist aber... Hier müssen wir kommen. Oh, da ganz oben. Da ganz oben. An was du alles vorbeiläufst, so. Ja, ich wollte mal das Lava zu dir abbauen. Ja, da hab ich's Lava zu dir. Den Scheiß müsst ihr doch nicht mitnehmen. Für was wollen wir den jetzt echt? Wenn jemand mal blaue Häuser bauen will... Hast du die Stadt gewonnen? Du darfst das Eisen ruhig auch abbauen, ne? Das können wir gebrauchen. Eisen kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ich baue fast alles Eisen ab. Hier war... Jedes Mal, wenn ich dir hinterherlaufe, bin ich noch am Eisen einsammeln. Hm. Hier ist vorbei. Ich hab's noch Hack gefunden. Dann lass, lass. Wo ist er? Wo ist er? Ach gut, ich hab deinen Namen verloren. Ah, wo bist du? Ja. Ah, okay. Komm gleich. Hast du noch, äh... Okay, nichts. Ich hab ne... Ungesene... Da hat jemand ne Ktoffel fallen lassen von den Monstern. Und hier unten ist noch einer. Wo ist der Erste? Boah, bei mir leckt's grad. Du solltest die Stelle erkennen. Dann pass auf. Ich nehm mal ein paar der Fackeln wieder mit. Ja, ist okay. Na gut, hier ist wieder ins Mal. Ja, das ist noch einer. Okay. Jetzt machen wir kurz das Wasser zugemacht. Oberg vom Wasser. Das Wasser kurz zugemacht. Jetzt haben wir schon sieben Stück. Ja, hier an der anderen Seite. Ah. Da oben ist auch einer. Ja, da hinten ist noch mal einer. Das Eisen und so. Ja, da hinten ist noch mal einer. Das Eisen und so. Warum? Weil ich dich schon wieder verloren hab. Dann werf mir das hin, was du noch hast. Dann werf mir das hin, was du noch hast. Ich will ja wieder wieder aufkommen. Hast du's? Ne, ich hab's noch nicht. Ich baue gerade das Eisen auf. Siehst du mich zufällig? Ne, ich buddel auch gar nicht von dir. Oder du baust dich da selber hoch zu dem zuerst. Na klar, sich dich rumrennen. Also ich hab's dir jetzt hingelegt, aber ich baue mich trotzdem selbst zu. Ist ein Deal. Hm. Ich mach jetzt mal auf Zeug weg, was ich nicht baue. Hieß mich, Flo? Nein. Ich seh deinen Namen jetzt auch nicht mehr. Jetzt seh ich dich. Aber wie komm ich da hin? Oh je...